willkommen zu einer neuen folge pokémon go und mir gefällt das bild so gut mit dem kermit dass ich gleich mal so posieren muss also sieht es glaube ich gut aus ja so für das thumbnail natürlich wir müssen anfangen die thumbnails zu faken obwohl ich sehe nicht gefakt das ist ja so im video drin also alles ist gut denn es gibt wieder ein kleines event ihr habt bestimmt schon davon gehört gestern abend auch im stream war das kurz thema offiziell heißt das hier schon bald erscheint eine kollaboration zwischen long jam und pokémon in geschäften und in pokémon go und wolltet ihr nicht schon immer so einen mega tollen rucksack haben wie hier auf den bildern zu sehen ich meine so als als girl ja da trägt man eh irgendwelche sachen mit sich rum die kein mensch versteht aber so als boy was ist das mal in echt wenn das echte menschen wären und als echte rucksäcke würdet ihr euch als als junge als mann als als rischer kerl ne würdet ihr euch so einen rucksack kaufen einfach so ein so einen viereckigen beutel mit keine ahnung ich finde ihn richtig grässlich auf jeden fall stehen hier natürlich ein paar details zu diesem event stehen auch hier ein paar details zu diesem event und wie immer möchte ich mich natürlich eigentlich nicht auf das beziehen denn hier sind die pokémon namen blau geschrieben deswegen ist das viel ansehnlicher nein aber das hat gestern auf jeden fall mächtig was aufgeworfen nämlich fragen und einsatz fand ich dabei besonders genial deswegen musste ich den als titel nehmen und das ist wieder kein clickbait sonst was oder bla es ist einfach nur dies gut dann ist es halt clickbait ich weiß nicht was clickbait genau ausmacht es ist aber genau das um was es in dem video geht der gestern kaum war das angekündigt in den gruppen kam das thema auf wow sechs neue shinies mit kostümen denn was geht es überhaupt wir gucken mal hier rein das event in pokémon go beginnt am 2 10 um 17 uhr und dauert bis zum 9 10 um 7 uhr an steht das hier auch so ja das sind ein paar komische zeiten ach so naja hier doch 2 oktober 17 uhr bis 9 oktober 7 uhr 7 uhr noch nie gewesen 17 bis 7 uhr egal zahlreiche pokémon erscheinen mit kostümen kosila mit einer schleife schlüpfen aus sieben kilometer eiern kosila ist eins ne kirlia wird in raids verfügbar sein und trägt dabei ein zylinder zu dem beherrscht es dann die attacke diebiskus die es bisher nicht erlernen konnte glibungel das dritte die auf schnappschüssen auftauchen werden und in seltenen fällen auch wild zu sehen sein werden tragen eine umgedrehte kappe mhm sind das nur drei jetzt muss ich nochmal den anderen gucken was steht denn hier kosila kirlia scheinux scheinux mit zylindern hä wo steht denn hier scheinux sollen wir haben die scheinux vergessen oder was was ist da denn los auf jeden fall ja gibt es dann kosila mit kostüm kirlia mit kostüm glibungel mit kostüm und scheinux mit kostüm sind für mich also vier pokemon mit kostüm woher die aussage also sechs neue shinies mit kostüm wenn die vier alle als shiny verfügbar werden und nicht entwickelbar sind wie es ja wohl feststeht dass die nicht entwickelbar sind dann wären das vier neue shinies mit kostüm ein anderes shiny was dazu kommt ist zirpurze zirpurze taucht erstmals auch als shiny auf ist zu fangen ist wieder sehr unspektakulär wie ich finde zirpurze wäre das fünfte shiny zirpeise wäre das sechste shiny kann man das nicht so also erklären sechs neue shinies kursila kirlia glibungel shinux mit kostümen plus die zirpeise familie sind also sechs stück aber zirpeise hat kein kostüm zirpeise erscheint normal ohne kostüm also sechs neue shinies mit kostüm passt auch hier wieder nicht ich verstehe für mich ist das im prinzip es gibt ein neues shiny nämlich zirpeise wer es ganz genau nehmen will müsste sagen es gibt zwei neue shinies nämlich zirpeise ach zir aber was haben die denn gemacht mit dem artikel da steht ja bei beiden zirpeise zirpeise und zirpeise wer kennt sie nicht gibt es also zwei neue shinies nämlich zirpurze und zirpeise alter das ding ist komplett fail scheidungsvergessen einfach naja wieso nicht zweimal zirpeise kann man ja machen fällt ja nicht auf vielleicht hätte ich doch lieber den vorlesen sollen keine ahnung wir machen ja wir machen den mal weg wir beziehen uns doch hier drauf jetzt aber die frage wie viel shinies gibt es denn nun ich glaube ganz ehrlich wirklich es wird nur zirpurze und zirpeise als shiny geben und die anderen nicht als shiny denn auch durch die verschiedenen arten wie die auffindbar sein werden da es so unterschiedlich ist glaube ich nicht dass die alle als shiny kommen wenn er jente kennt die hauen eigentlich jedes kostümiert als shiny raus damit die leute mehr interesse an shiny pokémon haben aber für mich sieht das halt nicht aus als wäre das jetzt ein ein fettes großes event wo ihr ordentlich absahnen müsst und ranklotzen sondern einfach nur so eine kleine werbekampagne um da auf diesen auf die kollaboration aufmerksam zu machen deswegen haben wir ein paar paar pokémon kostüme und ihr kriegt neues shiny und mehr ist das nicht ich glaube eigentlich wirklich nicht daran dass das so übertrieben wird und das alles als shiny gibt vor allem Kusilla müsstet ihr eh wieder ausbrüten ne Kusilla tragen eine Schleife aus 7km Eiern ihr müsst wieder Freunde haben Geschenke aufmachen Platz haben ausbrüten hoffen dass Kusilla rauskommt und wenn Kusilla rauskommt dass Kusilla eine Schleife trägt und wenn also trägt es ja dann wenn es rauskommt erstmal auf Kusilla hoffen mit Schleife und dann soll es noch shiny sein diese Fälle hatten wir schon genügend ja gerade auch mit Riolu und so weiter das wäre eigentlich realistisch dass sie das als shiny einführen sage ich ja nichts dagegen Kirlia mit Zylindern aus Raid kämpfen wäre auch realistisch denn gerade bei den Starter Pokemon mit mit Hüten und so die kamen ja immer in die Raid kämpfe rein und ihr musste die raiden und die konnten shiny sein sage ich auch nichts dagegen Shinox mit Zylinder ebenfalls in Raid kämpfen kann ich mir auch vorstellen Shinox nicht entwickelbar mit Zylinder ein goldenes aus den Raids kann shiny sein ok aber was mich ins straucheln bringt Klibungl mit umgedrehten Kappen als Überraschungsbegegnung in Go Schnappschüssen ihr wusstet damals konnte man ja auch das äh konnte man äh bei Meisterdetektiv Pikachu filmen als da dieses Event war zu dem Film konnte man auch Schnappschüsse machen und es gab Meisterdetektiv Pikachu aus den Schnappschüssen was nicht shiny sein konnte offiziell komischerweise war es die ersten 2 Stunden aus Versehen als shiny freigeschalten es haben ganz wenig Leute auf der ganzen Welt ein shiny bekommen der Rest nicht und offiziell gibt es das nicht als shiny aber eben irgendwie auch doch und da sich das um einen Fehler handelte und ich es auch übertrieben heftig finde weil ihr könnt ja bestimmt nicht unendlich viele äh Go Schnappschüsse machen ihr seid also darauf auch begrenzt und da irgendwie Bunge was dann shiny ist aus dem Schnappschuss gab es bisher schon mal ein Pokémon was ihr mit Schnappschüssen jagen musstet um es shiny zu bekommen ich mein gut es steht auch da in seltenen Fällen kann es auch in der Wildnis erscheinen aber trotzdem also dass man viel brüte dass man viele Raids macht um die shinies zu bekommen aber durch den Punkt mit Glibunge glaube ich nun wirklich nicht dran dass die kostümierten shiny sein können sonst wäre das übelst dreist weil wenn man nicht grad unendlich viele Go Schnappschüsse machen kann um ein Glibunge zu bekommen was dann auf der anderen Seite daran verdient sie aber auch nichts wenn wirklich ihr unendlich viele Schnappschüsse machen können dann sitzt ihr den ganzen Tag da bis ihr das shiny habt und das ist ja euch hinterher geworfen sozusagen durch Glibunge denke ich also nicht dass die kostümierten als shinies kommen müssen sie ja nicht wenn dann ist es richtig krass und gerade durch die Schnappschüsse einfach nur mega nervig die folgenden Pokémon erscheinen in der Wildnis Voldilam Eneko, Rosilia, Zipurze, Glibunge mit umgedrehter Kappe Eliseba, Wombol, Picochilla, Mollimorba und mehr hm gut jetzt wird es trotzdem aber jetzt wird es trotzdem als wildes Pokémon genau mit aufgelistet obwohl es eigentlich ja ganz selten kommt steht es trotzdem mit dabei haben wir ja auch Kapuno Kapuno kann auch aus Eiern kommen hieß es immer und dann wie selten war das da Kapuno kann natürlich auch wild auftreten hm ich habe keine Ahnung ich glaube das ist das Schlimmste was sein kann es steht aber extra explizit hier mit Glück könnt ihr sogar einem schillernden Zipurze begegnen es ist nirgendwo was von den von den kostümierten Pokémon als shiny gesagt aber wir kennen das auch von äh von die Cognito da hieß es ja auch die ganze Zeit die Ultra Buchstaben kommen in die Raids sind nicht shiny und dann einen Tag bevor sie in die Raids gekommen sind ja können auch shiny sein ne und nach dem Event sind sie wieder weg dann können sie nicht mehr shiny sein also was gibt es sonst noch macht euch schick für die Fashion Week persönlich und im Spiel besucht den Shop ein kostenloses Longchamp Avatar Accessoire in Pokémon GO gibt es dann könnt ihr denselben Longchamp Artikel in Geschäften kaufen um das passende Outfit zu eurem Trainer Avatar zu tragen weitere Informationen zur Verfügbarkeit findet ihr bla 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 das kann uns eigentlich eh wieder egal sein denn ich glaube nicht dass es hier irgendwo ein Longchamp Geschäft gibt oder na gut in den Großstädten vielleicht aber ich denke mal das ist wieder so in der amerikanischen Ecke eine exklusive Feldforschung während des Events gibt es auch noch ne da sind wir mal gespannt da gucken wir mal ansonsten bei den wilden Pokémon Woldilam kann shiny sein Eneko kann shiny sein Roselia kann shiny sein Zipurze kann dann shiny sein Elytzeba nicht Waumball nicht Picochilla bäh kann shiny sein Mollimorba nicht und Glybungel natürlich können sie durch den Aspekt dass Glybungel ja auch theoretisch in der Wildnis auftritt es trotzdem begründen deshalb können die Kostümierten alle shiny sein was ist eure Meinung dazu? denkt ihr die Kostümierten sind shiny? so dass ihr brüten müsst raiden müsst Schnappschüsse machen müsst und ja Glybungelzug mit umgedrehter Kappe ne richtiger Gangster auf jeden Fall jetzt habe ich mir meinen Nagel eingerissen Schreibt es mal in die Kommentare was ihr sonst auch von der Sache haltet ich meine wenn wer nicht gerade explizit so auf shiny geht für den ist da eigentlich nicht großartig was dabei finde ich der macht halt mal einen Raid dann hat er das mit Mütze dann hat er das mit Mütze dann fangen ihr ein bisschen was so guckt ob ihr ein Zipurze bekommt macht die Feldforschung für die ist das eigentlich ganz gemütlich für die shiny Jäger wird es dann natürlich wieder exzessiv 1000 Raids am Tag um das shiny zu bekommen um das shiny zu bekommen 1000 Eier brüten um das shiny zu bekommen 1000 Fotos machen aber vielleicht kann man dadurch die Foto Medaille wieder hoch pushen also wir sind gespannt ich denke trotzdem dass es nur Zipurze und Zipise gibt und die anderen einfach so als Gag eingeführt werden und nicht unbedingt jetzt shiny sein müssten aber Nayente kann das im letzten Moment natürlich wieder anders handhaben das wissen wir ja lassen wir uns einfach mal überraschen wie sie das jetzt machen aber auf jeden Fall steht hier nichts von shiny und wenn dann sind sie auch keine ja gut dann passt es ja wieder ne dann passt es nicht dann sind es trotzdem keine 6 neuen Shinies mit Kostümen dann sind es nämlich 4 neue Shinies mit Kostümen und 2 andere insgesamt also 6 neue Shinies 4 davon mit Kostümen dann würde die Aussage wieder passen so das war es von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Peace out und vorhaut euer Ramses das war es bis jetzt bis jetzt wir están bis jetzt bis jetzt